Hallo zusammen, mich hier ist wieder, euch Schiller und heute wieder für euren Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Tipp präsentieren. Heute geht es nämlich ums Warlords of Draenor Fliegen. Und dazu hatte ich ja vor einer langen Zeit in Warlords of Draenor dementsprechend schon ein Video gemacht. Und jetzt hier ein kleines Update, denn es geht jetzt wesentlich schneller sich das Fliegen zu holen. Und deswegen solltet ihr das Fliegen noch nicht haben. Auf jeden Fall dranbleiben und die Woche das Fliegen noch holen. Sonst wird es nämlich wieder eine Weile dauern, bis ihr eine weitere Chance habt. Und zwar, um was geht es genau? Es ist nämlich so, dass es seit der Woche das Warlords of Draenor Timewalking Event gibt. In diesem Timewalking Event könnt ihr Timewalker Dungeons laufen und zusätzlich gibt es auch einen Händler. Diesen Händler haben wir einmal in Kriegssperr, also sprich einmal hier auf Warlords of Draenor, dann Ashran. Und hier im Kriegssperr bei den Koordinaten 42, 53 und bei der Allianz haben wir denselbigen in Sturmstild. Hier unten etwa auf 36, 71 stehen. Der verkauft uns neben verschiedenen Items wie Mounts, Toys, wo ich schon Videos gemacht habe. Und auch Equip-Items, die ganz praktisch sind für frische 120 HRs. Auch Ruf-Tokens, so wie es immer der Fall ist. Und zwar immer für die Expansion, wo das Timewalking Event spielt. Hier quasi in Warlords of Draenor. Dort haben wir dann Ruf-Tokens für fast alle Fraktionen. Und die werden dahingehend wichtig, denn für das Flug-Achievement, das ich euch gleich zeigen werde, braucht man unter anderem die Ruf-Fraktionen. Und das ist eigentlich der langwierigste Teil an diesem ganzen Erfolg. Und dementsprechend könnt ihr die hier relativ einfach hochballern, ohne viel Aufwand. Wie geht ihr jetzt also vor? Ihr geht mit einem Char, der muss für das Warlords of Draenor Achievement bzw. die Warlords of Draenor Timewalker Dungeons Minimum Stufe 100 sein. Und lauft einfach einen Dungeon, kriegt am Ende eine Quest. Die könnt ihr hier abgeben bei dem Typen. Kriegt 500 Marken dadurch. 500 Marken sind quasi dann 10 Tokens. Heißt, 3000 Ruf kriegt ihr dadurch schon mal. Dann loggt ihr auf den nächsten Char um und lauft auch wieder einen Timewalker Dungeon. Denn ihr bekommt diese Quest immer nur einmal pro Char. Heißt, ihr bastelt ein paar Char durch oder ihr habt noch Tokens rumliegen, so wie es bei mir der Fall war. Und könnt dann dementsprechend sehr, sehr schnell diese ganzen Ruf-Tokens kaufen und euch die Fraktionen hochballern. Was ist das jetzt für ein Erfolg und was müssen wir noch machen? Und zwar, wir haben einmal die Geschichte, was ich schon gesagt habe, den Tannan-Diplomat. Dafür müsst ihr drei Fraktionen auf Respektvoll was, glaube ich, bringen. Genau, und zwar Orden der Erwachten, dann die Säbeltron-Typen und einmal Volgins Kopf. Bei der Allianz sind es dementsprechend hier zwei andere Allianz-Fraktionen. Einfach ins Achievement reingucken, dann könnt ihr euch dementsprechend die richtigen Marken kaufen. Jetzt schauen wir mal, die drei haben wir auch vorliegen. Also hier haben wir die Säbelzahn-Pirscher, so heißen sie. Dann Orden der Erwachten, genau, das haben wir hier. Und die letzten waren die Volgin-Typen. Volgins Kopf, die haben wir hier hinten. Also sprich, die drei Fraktionen sind hier auch quasi on sale. Was müssen wir sonst noch machen für das Achievement? Und zwar haben wir jetzt noch ein paar leichtere Dinge, die wir angehen müssen. Wenn wir jetzt einmal hier Draenor reinschauen, wir müssen einmal Erforced Draenor und Meister der Lehren von Draenor. Erforced Draenor ist einfach jedes Gebiet einmal zu erkunden. Das sollte relativ einfach gehen. Könnt ihr auch mit unterschiedlichen Chars machen. Das seht ihr immer daran. Hier oben ist es quasi blau. Heißt, es ist ein Battle.net Account Achievement. Da könnt ihr jeden Unterpunkt einmal mit einem anderen Char basteln. Das nächste, was wir haben, ist die Geschichte, dass wir einmal hier die Quests machen müssen. Dort ist es quasi dasselbe. Ihr könnt quasi mit einem verschiedenen Char ein Gebiet durchquesten. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wird hier dann auch dementsprechend angezeigt, dass das abgehakt wird. Dann haben wir noch zwei andere Voraussetzungen. Jetzt gehen wir hier wieder bei Erkunden und Draenor rein. Und zwar müssen wir einmal Schatzmeister abschließen. Da müsst ihr einfach die Schätze hier aufmachen. Da kann ich euch ein Add-on empfehlen. Und zwar Handynotes Draenor Treasures heißt das. Dann seht ihr die ganzen Schätze auf der Karte angezeigt. Könnt ihr einfach nacheinander abfliegen. 200 Schätze braucht ihr. Ich schätze mal, das müsstet ihr eh schon haben. Wenn ihr durchlevelt, ist Schätze bzw. Bonus-Ziele natürlich eh das Effizienteste, was ihr machen könnt. Und das letzte, was wir dann noch brauchen. Wo haben wir es denn? Hier ist Sicherung von Draenor. Und zwar müsst ihr hierfür die ganzen Bonus-Ziele einmal abklappern. Sobald der Char 100 ist, kriegt ihr so Bonus-Ziele auf der Map. Und diese Bonus-Ziele müsst ihr abschließen. Kleiner Tipp meinerseits. Es sind eigentlich immer nur an Tag, ich glaube, ein, zwei Bonus-Ziele da. Und ihr müsst dann eigentlich über diesen Zyklus warten, wann die wiederkommen. In der Garnision gibt es jeweils einen Händler, der euch diese Bonus-Ziele-Karten verkauft. Das zählt, soweit ich das nachgelesen habe, auch hierfür rein. Sprich, ihr könnt die über Garnisions-Ressourcen einfach kaufen, diese Pläne. Könnt euch das Bonus-Ziel quasi auf die Map damit klatschen. Könnt das abschließen. Und könnt das auch ganz bequem an einem Nachmittag abschließen. Heißt, bis auf den Ruf ist eigentlich alles bequem an einem Nachmittag machbar. Falls man es eh noch nicht hat, weil man vielleicht durchs Durchleveln ein paar Sachen vergessen hat. Die meisten müssten es von euch eh schon haben. Das langwierige war hier wirklich die Ruf-Geschichte, dass man quasi die Fraktionen hochlevelt, beziehungsweise den Ruf hochbastelt. Und die waren halt immer ein bisschen time-gegated, weil man halt das Ganze über ein Daily-System hat. Bis auf diese Säbeltron-Typen, die sind, ja, die kann man grinden. Die anderen beiden musste man über Dailies immer abwarten. Und das könnt ihr jetzt relativ schnell machen, ohne quasi warten zu müssen. Ein paar Time-Walker dann sonst laufen und ihr habt das auch so. Also ihr habt eben noch Marken rumliegen. Das war's vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.